Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es zum dritten Mal um das Thema Normalität. Da das Thema Normalität sehr umfangreich ist, wird es auch in den nächsten beiden Wochen noch fortgesetzt werden. Heute seht ihr das dritte Video, um zu definieren, was normal und was unnormal ist oder sein sollte. Vieles, was bereits als normal angesehen wird, sollte, tiefer mit einem gesunden Menschenverstand darüber nachgedacht, nicht normal sein. Seht auch die Videos zum Thema Normalität der letzten und vorletzten Woche. Die Videos verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Normal ist es, wenn man sagen kann, was man will und wie einem der Schnabel gewachsen ist. Dieses ohne sich rechtfertigen zu müssen, dass Begriffe unter dem Generalverdacht einer Diskriminierung fallen können, ist unnormal. Es ist auch unnormal, wenn sich jemand wegen gefallener Worte, welcher Art auch immer, beleidigt fühlt. Normal müsste jeder in der Lage sein, die Meinung und Ansichten von jedem zu ertragen. Erst recht, wenn man sich als Demokrat bezeichnet. Ein Video zum Thema Rederecht findest du oben unter dem i. Eine Unnormalität, um nicht Absurdität zu sagen, entwickelt sich in der letzten Zeit. Nur um alle Geschlechter beim Reden abzubilden, wird mit stotterartigen Sprachaussetzern unsere Sprache verunstaltet. Das Gendersternchen ist schlichtweg ein Rechtschreib- und Grammatikfehler und sollte niemals Normalität werden. Das Betonen des Weiblichen in der Endung eines Wortes ist im Grunde sogar eine Diskriminierung der Frau. Die Endung in, zum Beispiel in Berufsbezeichnungen, degradiert die Frau zum Anhängsel des Mannes und nimmt ihr die Würde und Selbstachtung. Dazu kommt, dass anstelle der natürlichen, gottgegebenen Geschlechter versucht wird, weitere Geschlechter zu konstruieren. Das ist unnormal. Ebenfalls unnormal ist, wenn sexuelle Orientierungen als eigene Geschlechter angegeben werden und unnatürliche Verbindungen als normal definiert werden. Für eine Vermehrung gibt es nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich. Das ist normal. Alle anderen sichtbaren, konstruierten Geschlechter sind Geburtsfehler und Missbildungen. Anstelle diesen Menschen ein drittes, viertes, fünftes oder gar sechstes Geschlecht zuzuordnen, sollte diesen Menschen lieber geholfen werden, normal zu werden, gesund zu werden. Was die Verpartnerung angeht, so sollte jeder so leben, wie man glücklich wird. Homosexualität ist aber, bei aller Toleranz, nichts Normales und auch nichts Erstrebenswertes. Es kann jeder leben, wie er will, aber normal ist nur die Verbindung zwischen Mann und Frau. Es ist unnormal, wenn man unnormale Konstrukte als normal darstellen will. Zudem gehört Sexualität in die Privatsphäre eines jeden und nicht in die Öffentlichkeit. Ein Video zum Thema Gender findest du oben unter dem i. Da jeder Mensch gleichberechtigt ist, hat auch jeder dieselben Chancen. Das ist normal. Es wird aber immer versucht zu suggerieren, dass einige Personengruppen benachteiligt wären. Normal sollte jeder seine Möglichkeiten nutzen. Wer das nicht kann, sollte nicht auf unnatürliche paritätische Konstrukte oder Quotenregelungen versuchen, die eigenen Unzulänglichkeiten auf dem Rücken geeigneterer Personen eine Möglichkeit zu erlangen. Abgesehen davon, dass Quotenregelungen die Vollendung der Diskriminierung darstellen. Ein Video zum Thema Quoten findest du oben unter dem i. Es gibt aber, da sich Quotenregelungen zumeist auf die Frauenquote bezieht, eine paritätische Quote, die unbedingt als einziges als normal anzusehen ist. Normal ist die Frauenquote in der Ehe. Genau 50% Frauen und 50% Männer. Nicht mehr und nicht weniger. Die Ehe für alle ist unnatürlich und somit unnormal. Genauso sind viele Ehen und Kinderehen unnormal und können niemals als normal gelten. Ein Video zur Institution Ehe findest du oben unter dem i. Viele Ehen kommen glücklicherweise in unserer Kultur nicht vor. Sie sind sogar verboten. Leider wollen sich Zuwanderer dieses hier legalisieren lassen. Nicht selten, um größere Summen an Sozialleistungen abgreifen zu können. Diese unnatürliche Sichtweise darf niemals toleriert werden. Wer zu uns kommen will und in unserer Mitte leben will, hat sich normalerweise uns anzupassen. Ein Video zum Thema Migration findest du oben unter dem i. Migranten kommen zumeist als Schutzsuchende aus Kriegsgebieten. Normal ist es, dass Schutzsuchende bei uns Hilfe bekommen. Unnormal ist es jedoch, dass diese Schutzsuchenden Männer ihre Frauen und Kinder in Kriegsgebieten zurücklassen. Es ist normal, dass sich Menschen aus Entwicklungsländern auch auf den Weg machen, um eine bessere Zukunft zu sehen. Unnormal ist es, dass wir mit unseren Sozialleistungen so etwas ermöglichen. Neben den bisherigen Inhalten gibt es noch viele andere Themen, die im Lichte der Normalität betrachtet werden sollten. Dafür geht es nächste Woche weiter mit dem vierten Video zum Thema Normalität. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu den ersten zwei Videos. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.